So, jetzt habe ich wieder einen erwischt. Schaut euch das mal an. Das wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Jetzt haben wir gerade Glück, das war hier ein Seel. Anscheinend bei der Eiablage. So ein schöner Falter oder Nachtfalter. Aber schaut mal hier, der macht uns komplett die ganze Palme kaputt. Hier, die fressen sich komplett durch. Entschuldigt, ich bin so aus Atem. Hier ist wie, als ob einer mal rausgeschlüpft ist. Wie so eine alte Haut. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Also das ist wirklich irre. Ich mache den jetzt da auch gleich ab. Ich glaube, der legt da die Eier wieder rein. Überall alles durchgefressen, alles kaputt gemacht, die schöne Palme. Und das wäre natürlich wirklich, wirklich ärgerlich, wenn wir da wegen diesen Tieren die Palme hier wegmachen müssen. Oder dass die zusammenfällt. Das wäre echt der Hammer. Die war schon hier, als der Vorbesitzer das Haus gekauft hat. Also vor 30 Jahren. Und da beiße ich mir natürlich den Arsch, weil die ist so schön, so schön groß. Dann noch die tollen Datteln. Davon habe ich euch ja schon ein Video gemacht. Nein, da würde ich mir echt den Arsch beißen. Wenn wegen diesen Tieren da... Muss ich mich jetzt beeilen, dass ich den noch einfange, aber ich zeige ihn euch nochmal. Wirklich, wirklich schön. Aber leider, 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 leider sehr schädlich. Also dann bis zum nächsten Video und wie immer sonnige Grüße. Aber auch woran! D majesty! Danke schön! Danke schön!